Mit 14 habe ich mich entschieden, Geigerin zu werden, studiere jetzt hier bei meinem Professor seit vier Jahren und spiele meine Konzerte mit der Steffka zusammen. Mit 5 haben mich meine Eltern gefragt, ob ich gerne ein Instrument spielen würde. Ich habe das eine gute Idee gefunden und sie gefragt, welches das schwierigste Instrument wäre. Und so bin ich dann bei der Giga gelandet. Mit dem Laufen habe ich angefangen, weil ich noch etwas gesucht habe für mich, wo es nicht um Leistung geht und wo ich für mich alleine sein kann. Mit der Zeit sind dann die Strecken immer länger geworden und dann habe ich mal gefunden, warum könnte ich nicht auch für mich einfach einen Marathon laufen. Am Anfang zu kochen habe ich mich mit meinem Namen gezählt, sie ist die Türkei. Damals haben wir auch in der Türkei gelandet und heute koche ich ganz viel für meine Freunde und Bekannte. Einfach zusammen sein und zu meinen allen zeigen, wo ich herkomme. Bis zum nächsten Mal. ü but Bis zum nächsten Mal.